E3DC ist eine führende Speichermarke in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir stellen auch als Bestandteil der Hager Group Ladestationen her. Wir arbeiten im Gewerbespeicherbereich und haben auch Lösungen für bidirektionales Laden, die wir dieses Jahr mit einem großen Automobilkonzern in Serie bringen. Wir haben 100.000 Kunden und unser Fokus war immer die Wärmepumpe und das Elektroauto als flexible Last. Die Wärme als Bestandteil der Energiewende ist wichtig, elektrische Wärme ist wichtig. MyPV war von Anfang an eine intelligente Lösung, die über eine intelligente Schnittstelle volle Flexibilität für den Kunden hatte und funktioniert mit jedem E3DC-Speichersystem unabhängig des Produktes. Er hat die sogenannte Power-to-Save-Gas-Funktion. Das heißt, er kann Solarenergie in Wärme umwandeln, er kann flexibel den Heizstab zurüsten. Insbesondere in Hybridheizungen ist das wichtig und er hat einen kontinuierlichen Einsatz. Das heißt, das Ganze ist stufenlos steuerbar, vollautomatisch im Hintergrund. Das hat uns überzeugt. Insbesondere in Deutschland ist ja die elektrische Wärme jetzt per Gesetz, Gebäudeenergiegesetz, quasi verpflichtend. Das bedeutet natürlich sehr viele Wärmepumpen, aber es gibt auch den Altbestand und nicht jedes Gebäude wird eine Wärmepumpe sehen. Das heißt, insbesondere im Hybridheizungsbereich und im Bestandsbereich sehen wir eigentlich ein hohes Potenzial für die Heizstäbe nach wie vor. Das heißt, ich kann mir vorstellen, für MyPV ist der Ausblick sehr, sehr gut. Wie bei fast allen unseren Partnern schon fast seit der ersten Stunde, ich weiß es nicht genau, ich schätze es sind mittlerweile zehn Jahre. Die Zusammenarbeit ist sehr positiv, weil für uns ist es ja ein Zubehörartikel. Das heißt, der Kunde kann einfach den MyPV Heizstab im eigenen Ermessen kaufen, einsetzen. Und er hat automatisch eine Softwareunterstützung, da unser Energiemanagement offen ist. Das heißt, für uns ist das seamless integration. Empowering, the solar future.